Hallo und herzlich Willkommen, was ist unser Vorschlag für die gute Tat heute? Zur Weihnachtszeit kommen ja relativ viele Geschenke wieder dazu. Die Kleiderschränke werden damit noch voller oder es passt gar nichts mehr rein. Deswegen ist es vielleicht eine gute Idee, jetzt vor Weihnachten schon mal die Kleiderschränke auszumisten, zu gucken, was noch gut ist, was man aber trotzdem kaum noch anzieht. Und das dann als Kleiderschränke zu geben an einen vertrauenswürdigen Dienst, wo man weiß, dass es auch bei den Leuten ankommt, die man gerne erreichen möchte. Also entweder einen Laden, der das direkt verteilt und wo man das kennt, an wen das abgibt oder zum Beispiel ein deutscher Rote Kreuz in so einem Spendencontainer, das geht ja auch. Also das war unser Vorschlag für die Tat heute. Wir würden uns freuen, wenn einige von euch mitmachen. Und ansonsten noch viel Freude, die letzten Tage der Adventszeit. So viele sind es ja nicht mehr und dann schöne Weihnachten. Vielen Dank.